Wie mutig ist Franken? Mit Unterstützung von Möbel Höfner in Fürth-Steinach, wo wohnen wenig kostet. Dem Mutigsten in Franken gebührt nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auf den wartet auch ein richtig fetter Preis. Ein niegelnagelneuer Opel Adam von eurem Opel Thomas in Fürth. Und da sind wir heute. Stefan Stecher ist bei uns. Dieser Opel Adam, ich fahre ihn selber privat. Mir fallen auf Anhieb schon wieder zehn gute Gründe ein, warum man dieses Auto fahren soll. Aber dir fallen mit Sicherheit noch mehr gute Gründe ein. Genau, unser Fashion Mini, das ist sogar die Sportversion, die wir hier zur Verfügung stellen. Haben ihn vollgepackt bis oben hin, sogar ein Sportpaket drauf gemacht. Spoilerpaket, Heckspoiler hinten, Seitenschweller und Frontspoiler vorne. Parkpilot, Sitzheizung, Lenkradheizung und ganz besonders, was ihn innovativ macht, ist WLAN an Bord. Das heißt, ihr könnt permanent online sein, habt permanent Zugriff auf den LTE-Hotspot und habt darüber hinaus, dank Opel OnStar, einen Helfer in der Not mit einem echten Menschen, der sofort zur Stelle ist. Na dann ist ja im Endeffekt schon mal alles gesagt. Dann würde ich sagen, wir fahren los, oder? Würde ich auch sagen. Gerne. Schlüssel? Also, ich fahre los. Ich fahre los. Warum fährst du los? Wer ist denn der Verkehrsexperte bei uns in der Show? Ja, aber ich fahre so ein Auto privat auch. Ja, aber ich kenne mich auf den Straßen aus. Ja, ne. Dann machen wir klick, klick, klick. 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 Also, ich fahre. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Super. So, Achtung, Gefahrenbremsung und? Oh, steht. Läuft. Steht. Steht. Eine Besonderheit hat der Opel Adam noch und zwar ist das Opel OnStar. Das heißt, wenn ihr mal eine Panne habt, ihr seid unterwegs oder ihr seid in einer fremden Stadt, braucht ein paar gute Restauranttipps oder wo ist dann hier das nächste Kino, dann drückt ihr einfach auf diesen kleinen blauen Knopf und es verbindet sich automatisch mit einem persönlichen Berater. Also, ihr seht schon, das Auto denkt für euch mit der neue Opel Adam von eurem Opel Thomas in Fürth. Für den Mutigsten in ganz Franken. Wie mutig ist Franken? Mit Unterstützung von Möbel Höfner in Fürth-Steinach. Wo Wohnen wenig kostet. Instrument von Möbel Höfner in für den Möbel Höfner in Fürth-Steinach 30 1 1 2 1 2 3 2